Bhagavad Gita, Vers 2.57 Wer frei von Anhaftung ist und nicht frohlockt, wenn ihm Gutes widerfährt, noch jammert, wenn ihm Übles geschieht, ist fest im vollkommenen Wissen verankert. Erklärung In der materiellen Welt finden fortwährend Veränderungen statt. Mögen sie nun gut oder schlecht sein. Wer von solchen materiellen Veränderungen nicht beunruhigt wird und von gut und schlecht unberührt bleibt, ist wirklich im Krishna-Bewusstsein verankert. Solange man sich in der materiellen Welt befindet, wird es immer Gutes und Schlechtes geben, denn diese Welt ist voller Dualität. Wer jedoch im Krishna-Bewusstsein verankert ist, wird von gut und schlecht nicht beeinflusst, der ständig an Krishna denkt, der ganz und gar gut und absolut ist. Ein solches in Krishna ruhendes Bewusstsein verankert den Gottgeweihten in eine vollkommene transzendentale Position, die Samadhi genannt wird.